Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Und es geht wieder los mit den Speed Champions 2024. Ein paar neue gibt's, die darf ich alle dank entsprechender Rezensionsexemplare hier vorstellen. Und man ahnt, es ist Ähnliches zu erwarten. Coole Bauideen, interessante Teileverwendung und viele, viele Sticker. Wir starten heute mit dem McLaren Formel-1-Rennwagen, der auch auf den Namen MCL60 hört. Die 60 deswegen, weil man 60-jähriges Jubiläum 2023 gefeiert hat, der Gründung des Teams. Früher waren das ja MPs, wie wir aus anderem Video ja gerade gesehen haben. Jetzt ist es ja schon seit einiger Zeit MCL. 245 Teile haben wir hier für 26,99, Teilepreis von 11,02. Straßenpreis liegt so bei 20 Euro, ab 1.3. zu erhalten. Und ich hab's schon vorher, weil es ein Vorab-Rezensionsexemplar war. Und ja, es sieht aus und fühlt sich an, auch beim Bau, wie ein typisches Speed Champions-Auto. 19 Zentimeter ist es lang, 7 Zentimeter breit und 4 Zentimeter hoch. Wir haben eine Minifigur, wie wir hier sehen, im McLaren-Design mit Haaren, die noch dabei sind. Allerdings namenlos. Also da kann man sich jetzt denken, wer es denn ist. Es könnte ja entweder Lando Norris oder Oskar Piastri sein. Gott, ich merke auch gerade, in der Formel 1 bin ich nicht mehr so drin wie früher. Tja, das war noch, als die Schuhmachers da waren und, und, und. Da hab ich auch regelmäßig geguckt. Aber seit Kai Ebel nicht mehr in der Boxengasse rumlungert, ist das auch nicht mehr meine Formel 1. Na gut, aber egal. Vielleicht wird's das ja wieder, weil ja einiges an Formel-1-Themen gerade bei Lego rauskommt. Und da hatten wir ja schon bei Icons was. Wir haben jetzt hier bei Speed Champions was. Und was ja dann noch folgen wird, auch als Review hier in der Technik-Serie. Da sogar gleich mehrfach. Jo, also, gucken wir uns die Minifigur nochmal an. Da wird's nicht anders, als gerade eben. Orangener Helm mit so einem hellblauen Visier und nur ein Gesicht McLaren-Fahrer oder vielleicht sind es auch Mechaniker in diesem Fall, können einfach nicht anders als lächeln. Was sie können, sind sich Haare auf den Kopf setzen, je nachdem, wozu sie Lust haben. So, dann gucken wir uns das Auto an. Das eine Mischung ist aus vielen Stickern, aber auch ein bisschen was Bedrucktem. Wie zum Beispiel hier, das finde ich cool. Das haben wir ja selbst bei dem Anton Senna-Wagen nicht gehabt, dass der Reifen an der Seite bedruckt ist. Also das da, ja, also gut, das in der Mitte ist natürlich so eine Radkappe, die kommt da rauf. Die ist aber auch bedruckt gewesen. Also die ist nicht mit dem Kleber versehen. Das ist auch gut so, weil das so gleich gewölbt ist. Und wir haben jetzt Slicks. Und hier haben wir natürlich wieder das gleiche Problem, dass wir nämlich hinten und vorne gleiche Größe haben. Wenn wir uns hier die Schnauz angucken, das in der Mitte ist wieder bedruckt. Das sieht man leider auch so ein bisschen, weil das Schwarz leicht durchscheint. Das ist nicht so klar. Der Rest sind Sticker. Ich finde, schwarze Sticker auf Schwarz, das sieht ein bisschen besser aus als bei dem Weiß, was wir bei dem Anton Senna-Wagen noch hatten. Und ja, da sehen wir, es ist kein Spielset. Da fällt alles gerne mal ab, wenn eben so eine Noppe nur hängt. Da muss man schon angucken, wo man denn anfasst. Aber dafür haben sie dieses Verwinkelte, dieses Übereinanderlappende, finde ich, sehr schön hingekriegt. Aber alles, was wir da jetzt an der Seite sehen, das sind Sticker. Ich finde ja, dass in diesem Maßstab, werden wir hier sehen, dass wir beim Cockpit da was hochheben können, bei diesem Maßstab diese unterschiedliche oder eben nicht vorhandene unterschiedliche Breite der Reifen nicht so auffällt. Aber trotzdem, man merkt es natürlich, wenn man drauf guckt, da sehen wir ein schönes, sehr detailliertes Lenkrad mit vielen Anzeigen. Das da oben, das ist wieder, ja, diese zwei Punkte da, das ist bedruckt. Und da passt auch eine Minifigur rein. Da werden wir das gleich noch testen, wie es denn aussieht. Aber das ist natürlich Minifigur Scale, das passt. Hinten noch so ein kleines Lämpchen dran, der Heckspoiler. Den können wir, wenn wir wollen, auch abnehmen. Und, ja, schön detailliert auch hier viel mit Bauen gemacht. Und was ich finde, den größten Gag an der Geschichte ist, dass hinten, da, wo ich jetzt gerade rumfummle, dieses Orangen in der Mitte, wer kennt, was es ist? Genau, ein Skier. Ja, das ist wieder, finde ich, cool. Da sehen wir es, ne? Da ist ein Ski drin. Also, das ist lustig, finde ich. Muss man so ein bisschen ausrichten, dass das auch alles so in einer Linie ist. Ja, auch mit dem Heckspoiler. Aber jetzt passt es, ja, einigermaßen. Jo, unten jetzt keine Schönheit. Da sehen wir es. Aber hinten und vorne, finde ich ganz lustig, noch so, da sehen wir es da, wo so eine Art, ja, Radaufhängung angedeutet ist. Das sind die Henkel von, ja, Eimann zum Beispiel. Da erkennt man das dann wieder. Da, da sehen wir es. Da sind die Henkel, die da so das Markieren quasi. Finde ich eine lustige Idee. Und, also, was man so aus knapp 250 Teilen denn so an Formel 1-Wagen rausholen kann mit vielen Kleinteilen, finde ich ganz lustig. Da sehen wir das Original, das Bunte und das Orangene, das haben wir da natürlich auch. Und wir sehen auch, ja, von den Formen, zumindest was wir hier hinten erkennen, wirklich nett ähnlich. Außer, dass die Reifenbreite eben was anderes ist. Aber das hatten wir ja gerade eben schon. Und, ja, natürlich ist dieses Cockpit anders. Also, da ist das so in zwei Rundungen geschwungen. Im Original, hier haben wir dann eben nur diese eine Rundung, die da rumgebunden ist. Ja, aber das andere wäre wahrscheinlich nur mit dem Sonderteil dann realisierbar gewesen. Anleitung wenig überraschendes. Leider weiterhin keine Infos über das Auto. Es fehlt mir weiterhin, was ich bei solchen Sammelsachen einfach gerne hätte. So ein kleines Schildchen, was man da vorstellt. Das ist natürlich nicht wichtig. Werden wir hier sehen, wie die Schnauze übrigens da angebracht wird. Diesen eigenes Teil, das man baut. Und um das da dann anzubringen. Also, das, finde ich, würde diesen Sammlercharakter immer noch mehr unterstützen. Hinten übrigens, hinter dem Sitz auch ganz lustig, dass man da so einen Torbogen, hätte ich mal gesagt. Oder so ein kleines Fensterchen da als Teil verwendet hat. Da sehen wir, wie dann der Heckspoiler ausgerichtet werden muss. Ja, wie gesagt, das Bauen macht sehr viel Spaß. Außer, und da war ich dann doch eben doch zwischendurch immer wieder sehr genervt, diese Stickern. Und gerade auch kleine Sticker. Ach, das macht mir nicht so einen Spaß. Also, wer da Fetischist ist in die Richtung, der hat hier wieder großen Spaß. Der ist sowieso Liebhaber wahrscheinlich der Speed Champions Serie, weil sowas von Stickern woanders gibt es das kaum. Aber es ist leider eben so der große, wenn nicht weiterer Nachteil. Auch wenn ja gesagt wird, es sei deutlich weniger geworden, seit wir die größere Breite haben, weil man da ein bisschen mehr bauen kann auch, was das angeht. Aber es ist weiterhin leider etwas, was so mit meinen Wurstfingern sich nicht so richtig verträgt. Nun ja, also, wir sind eigentlich das hohe Niveau von Speed Champions, was die Detailtiefe und den Bauspaß angeht, wird hier gehalten. Leider auch das Niveau, was die Sticker angeht. Da hat sich also auch nicht viel getan. Weiterhin eben keine Infos übers Auto in der Anleitung oder auf irgendeinem Schildchen, was man dazustellen kann. Weiterhin große Ideen, was man da auch für abseitige Teile irgendwie verwenden kann. Und es fällt nicht auf, beziehungsweise macht auch gerade den Charme dieser Serie aus. Der Preis, ja, leider eben, wir wissen es ja schon, seit der Preiserhöhung eben deutlich jetzt über 20 Euro. Und auch der Angebotspreis ist nicht mehr unter 20, leider gerade. Aber dafür die Reifen immer schön an der Seite bedruckt. Und man kriegt, was man kriegt. Also es ist, glaube ich, immer noch für viele eine richtig tolle Serie. Ich finde es auch weiterhin eine richtig tolle Serie. Hätte mir aber gewünscht, dass es so beim Zwanni bliebe. Das würde dem Ganzen, finde ich, deutlich gut tun. Aber, ja, das Thema hatten wir ja schon vor einem Jahr. So, man sieht, er rollt auch. Ganz leicht, hat man das Gefühl, setzt er auf. Aber nicht wirklich. Also es ist ja auch kein Spielmodell. Jo, was sagt ihr denn dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Weitere Folgen, bis bald dann. Und Dank an Lego fürs Rezensionsexemplar. Tschüss. Tschüss. Tschüss.